Ein anderer. Aber der kann doch auch wieder nicht, ey. Boah, der ist schlecht, der Typ. Kann man auch wieder ein Bug sein vom Spiel. Hier ist das Ehrenring, der hat wieder da gekifft gemacht. Der ist schon bei 100, oder? Der kann das Spiel alleine gewinnen, oder? Ja. Ein Moment. Okay, die Anzeige, die du jetzt siehst, das kann sein, weil du Spectator bist. Du kannst halt, glaube ich, ein- und ausschalten, so mit deinem Ansicht wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei Battlefield ist. Ich bin auch noch nicht mit beschäftigt. Wo komm ich jetzt hier drauf? Wie komm ich auf den Server wieder drauf, wenn ich jetzt auch gucken will? Ich kann nicht, ne?